Ja hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Iron Man Challenge. Beim letzten Mal haben wir uns ja endlich mal eine neue Waffe organisiert, den guten Kriegsschlägel. Das heißt jetzt sind wir hier mit Item Level 11 unterwegs. Oh mein Gott, wir werden alles so zerstören. Dann haben wir schon mal angefangen ein bisschen zu Questen beim letzten Mal. Das heißt wir haben Intro-Quests beim Tal der Könige gemacht. Und jetzt müssen wir erstmal schauen, was wir hier denn überhaupt machen können. Weil wir haben ja hier zahlreiche Quests. Und wer das bisher noch nicht wusste, und zwar Loch Modan ist das Gebiet in World of Warcraft mit der höchsten Erfahrung pro Stunde, die man überhaupt abholen kann. Warum? Erstens, weil es extrem viele Quests an sich hat. Und der zweite Grund ist, weil es hier viele Quests gibt, die man einfach einsammeln kann. Die liegen einfach rum, kann man dann collecten und wenn man die collecten hat, dann kann man sie nämlich einfach wieder abgeben gehen. Eine der Quests liegt nämlich zum Beispiel unten an den Docks hier. Wenn man das Ganze auswendig weiß oder alternativ zum Beispiel ein Add-on benutzt, das einem diese Quests einfach anzeigt, dann kann man hier so derart viel Erfahrung rausholen. Das glaubt man teilweise gar nicht. Das werden wir natürlich schauen, ob wir das in der Iron Man Challenge genauso handhaben können. Denn dort gibt es ja auch zahlreiche Quests, die man dort abschließen kann. Ich weiß nicht, darf ich so eine Quest hier abschließen überhaupt von den Uranen? Ich weiß das gerade gar nicht in der Iron Man Challenge. Und deswegen, ich glaube wir lassen die Quests hier lieber mal und schauen uns erstmal um. Wir können eventuell den Flugpunkt mitnehmen. Den Vorteil, was wir hier nach wie vor haben, ist, wir können fliegen. Das heißt, ich kann mir diese Quests ein bisschen leichter snacken und das werden wir natürlich dann auch machen. Habe ich jetzt noch was vergessen? Ne, haben wir nicht vergessen. Können natürlich nach wie vor eben Bärchen hier leveln. Haben wir ja jetzt mal ein bisschen rumprobiert als Tank. Und als Tank scheint das Ganze ein bisschen angenehmer zu werden. Wir haben ja bald mal unseren zweiten Heal am Start, wenn ich mich nicht täusche. Da können wir gleich mal reinschauen. Ne, wir kriegen Bärsäcker zuerst. Stimmt, wir brauchen nur noch ein Level. Uh, da haben wir Damage Cooldown. Das mal ganz... Jo, die Wache hilft mir. Die Wache hilft mir erstmal. Die ballert erstmal rein, aber die macht nicht wirklich viel mehr Schaden als ich. Komm dir gerade vor. Und die Spinnen ballern ja auch nicht gerade so wild. als dass wir hier irgendwie Probleme haben könnten. So, wir sollen hier vielleicht den Rack auch benutzen, wenn ich ihn schon habe. Äh, wann war das mit dem Heal? Ähm, warte, war das überhaupt erst hier? Ne, bin ich blind gerade? Ich bild... Ah, da ist es 39. Oh mein Gott, ich bin immer so blind teilweise. Das gibt's halt nicht. Ähm, einer der Pläne, also einer der, ähm, Zeichnungen, beziehungsweise von den, von den Quests, die wir sammeln können, ist auch da oben. Da müssen wir nämlich auch gleich unter anderem einen der Mobs erledigen. Und da habe ich ein bisschen Angst, da kann ich auch ein Rare auf- und abpatrouillieren. Und ich weiß gerade nicht, ob wir den genau down kriegen werden, aber das werden wir wahrscheinlich gleich, äh, ja, rausfinden. Der sollte nämlich eigentlich da sein, weil ich spiele ja hier auf einem RP-Server, das heißt auf einem Rollenspiel-Server. Die haben ja ein eigenes Phasing. Äh, das heißt, ich meine Chromie-Time an sich, wo wir gerade leveln, das hat ja generell schon ein eigenes Phasing. Deswegen sieht man hier eigentlich so gut wie nie Leute, selbst wenn hier irgendwelche Leute Erz farmen oder so. Wenn das jetzt ein Max-Level-Char ist, würde ich den trotzdem nicht sehen, weil ich eben in Chromie-Time bin. Und dann gibt's bei Chromie-Time noch mehr Phasings in dem Sinne, weil wir haben ja einmal das normale Chromie-Time, äh, beziehungsweise wir haben ja einmal die normale Zone für Max-Level-Chars, beziehungsweise generell für Chars ohne Chromie-Time. Wir haben einmal die War-Mode-Zone davon, dann haben wir einmal Chromie-Time, wir haben Chromie-Time mit War-Mode. Und dann haben wir zusätzlich auch noch RP-Server, denn auf Rollenspiel-Servern ist natürlich nochmal weniger los. Warum? Denn bei Rollenspiel-Servern selber, da ist ja mehr oder weniger, ähm, wie soll man das sagen, da sind ja weniger Server miteinander verbunden. Ansonsten sind ja fast alle EU-Server miteinander verbunden, das heißt zumindest die deutschsprachigen in dem Falle. Und im Falle von Rollenspiel-Servern sind nicht mal alle Rollenspiel-Server miteinander verbunden, sondern nur einige. Deswegen ist da generell am wenigsten los und da hat man halt ja die größten Chancen halt zum Beispiel für Speed-Level oder sonstige Sachen. Oder dass man nicht unbedingt permanent genervt wird. So, jetzt schauen wir mal, der sollte eigentlich hier immer rauf und runter gehen irgendwo. Schauen wir mal, ob ich ihn gerade finde. Da ist er auch schon. Morik-Dunkel-Boy. Ich weiß nicht, ob wir den downen kriegen, aber irgendwie will ich es wieder mal probieren. Wir haben hier im Notfall eh mal unseren Night-Elf-Step. Okay, der hat Shadow-Step, das ist schon mal gar nicht geil. Shadow-Step ist immer ganz, ganz mies. Wir gehen jetzt direkt mal für Baumrinde und schauen, dass wir unseren Heal eventuell denn direkt benutzen müssen. Er hat auch wieder mal einen Zauber, den er hitten kann hier. Hat seinen Shadow-Step wieder raus. Trunkenheit kann er uns hier debuffen. Ich würde mal sagen, wir healen uns hier gleich mal das erste Mal, damit wir hier gleich wieder nach oben toppen. Und dann gehen wir hier gleich mal für den nächsten Defensive. Haben ihn auf jeden Fall schon gut runtergeprügelt. Also droppen tut er auf jeden Fall gut. Jetzt würde ich dann am liebsten hier einmal kurz für den Root gehen. Wir rooten ihn hier einmal, hoffen, dass er nicht Shadow-Step'n kann permanent. Okay, er kann es doch in den Roots. Da sind wir sehr mies. Dann healen wir uns nämlich hier nochmal ganz fix. Schauen, dass wir ihn auf Range ein bisschen hitten können gerade. Bevor die Roots hier brechen, weil wir können ja hier ein bisschen auf Distanz immer schlagen. Können wir dem ausweichen? Können wir nicht. Okay. Jetzt haben wir gleich wieder unseren Rack ready. Das heißt, wir sind mehr als fein. Okay, der ist gar kein Problem, der hier. Der hat nicht unbedingt irgendwie Millionen erhit mit seinen Spells oder so irgendwas. Dass ich wieder einen halben Herzinfarkt kriege, wenn der mich anschlägt. Weil, die geben natürlich viel EP, 5400 Erfahrungen. Ein Item, das wir wieder mal nicht tragen dürfen. Yay. Das ist ja so demotivierend. Alles, was hier droppt, darf ich nur verkaufen und darf einfach nichts benutzen. Seht ihr das? Da ist eine der Rollen. Das ist ein gestohlenes Dokument der Forscherleger. Und die hat da einfach noch mehr Leben als der eine gerade. Jo, wir haben eine Kiste hier drinnen. Oh mein Gott, Kisten sind immer big. Die Kisten sind sogar noch mehr wert als Rare Mobs an sich. Wenn man das halt ranken würde. Warum? Weil Kisten manchmal, nicht alle, aber manchmal geben sie noch mehr Erfahrung als die Rares. Und zusätzlich hat man auch noch die Chance, dass in den Kisten sogar ziemlich teure Items drinnen sein können. Lohnt sich nämlich sogar teilweise. Gibt sogar ganze Farbenvideos zum Beispiel, wo Leute einfach nur nach den Kisten suchen und halt diese Kisten grinden. Wie zum Beispiel Chromie Time Chars, wo sie nur halt solche Kisten farben. Das lohnt natürlich auch dann nochmal. Ich glaube, wir gehen hier einmal auf den Road. Ich hoffe, der kann nicht kicken, aber er kretet hier schon rein. Wie wahnsinnig. Kann der auch Shadow Stappen? Ich hoffe nicht. Sieht mir nicht so aus. Das wäre schon wieder fast knapp geworden hier. Schauen wir mal, dass wir den wieder auf Range ein bisschen verprügeln und ein bisschen Zeit rauszuholen. Dann haben wir nämlich eh gleich wieder unsere Baumrinde ab. Die werden wir jetzt gleich benutzen. Dann werden wir schon mal präventiv den Damage verringern auf dem hier. Oder eher auf uns, besser gesagt. Und dann haben wir gleich nochmal einen Heal ready. Dann sollten wir ihn hier eigentlich easy down kriegen. Und dann können wir hier gleich noch die Bonus-Quest snacken. Plus einmal eine Kiste. Da sage ich halt nicht nein dazu. Der ist immer richtig nice. Und wenn wir 34 schaffen würden, wäre das sehr, sehr sick. Weil dann haben wir einen Burst-Cool. Dann sind wir mit solchen Mobs natürlich nochmal bei Weitem schneller fertig in Zukunft. Dann können wir das hier picken. Und das sehen wir schon. Diese Quest bringt uns hier 5600 AP. Und das ist halt nur fürs Looten. Die Kiste hier 9000 Erfahrung einfach. Der Rare gerade 5400 by the way. Deswegen, diese Kisten sind huge. Das ist auch einer der Main-Gründe. Die Rares und die Kisten. Warum zum Beispiel die Kataklysme-Gebiete bei Weitem schneller sind als alles andere, was man sonst questen kann. Einfach weil es so viele von den Kisten-Spawns und Rares in den alten Gebieten gibt. Das ist halt einfach überhaupt nicht lohnt, überhaupt irgendwo anders hinzugehen. Da würde ich immer tausendmal lieber das bevorzugen, als dass ich halt jetzt irgendwie in Mists of Pandaria Questen gehe. Oder in Walls of Draenor oder was auch immer. Wobei es gibt Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn man so Level 45 um den Dreh ist, lohnt sich sogar das Draenor-Intro immens. Warum? Weil man durch das Draenor-Intro nämlich prozentuell bedingte EP kriegt. Das heißt, das skaliert nochmal ein bisschen besser. Und dann kann man gerade bei den letzten paar Leveln halt zum Beispiel Draenor-Intro gibt nochmal zwei Level. Kann man sich da nochmal was holen und dann könnte man zum Beispiel Quark rund gehen, weil das gibt halt auch nochmal sehr, sehr, sehr lecker Erfahrung, würde ich noch sagen. Die ersten Quests sind hier ein bisschen nervig, würde ich fast mal behaupten, mit den Bärenrücken-Farmen. Weil das ist nämlich eine niedrigere Dropshow, sondern braucht man ein bisschen. Man kriegt aber dann später, wenn man rüber geht, so nice Quests, wo man halt auch ein paar Items farmen muss. Aber das geht so viel schneller dann. Deswegen natürlich sehr, sehr nice. Ansonsten sind hier sehr, sehr viele Mobs, die man halt generell farmen kann. Also ist halt alles komplett ran voll. Den Winterschlaf sollten wir hier mal kicken, weil sonst regt der hier. Wobei ich glaube, ich kann ihn auch desorienten, wenn er in dem Reg drinnen wäre. Dann ist man da nochmal ein bisschen schneller. Aber man sieht, wie viel einfacher das jetzt einfach geworden ist. Durch die neue Waffe und durch Bär leben wir schon deutlich länger als vorher. Wo wir uns gefühlt nach jedem Mob oder bei jedem Mob irgendwie zehnmal healen mussten, damit wir halt überhaupt irgendwie überleben. Das macht schon mal viel angenehmer. Das einzige, was ich mir abgewöhnen muss, ist eine wichtige Sache. Und zwar in der Fluggestalt. Es gibt in WoW sowas, an dem man Kantenpacket sehe. Das heißt, wenn du fliegst, zum Beispiel bei Demon Hunter merkt man es oft. Oder wenn man von Mounts abmountet und der Charakter fliegt noch so am Boden und landet genau auf einer Kante drauf, dann kann man einen Disconnect kriegen. Und das muss ich mir abgewöhnen, weil zum Beispiel, wenn ich Meisterlernen mache oder so, dann gehe ich immer in die Flugform, fliege und dann fliege ich ein bisschen nach vorne, haue mich direkt raus aus der Flugform und da ist natürlich die Gefahr, dass ich dann aus Versehen in einem Mob lande. Und wenn ich dann Disconnect habe, ist das natürlich sehr, sehr ungut. Deswegen sollte ich mir das hier unbedingt abgewöhnen. Das könnte nämlich relativ fix im Tod enden. Wenn ich dann DC habe beim Mob, bis ich wieder drinnen bin, bin ich wahrscheinlich eh schon so gut wie tot. Oder ich kriege halt instant nochmal einen DC. Das wäre dann natürlich sehr, sehr ungut. Und dann geht es sich natürlich nicht aus. Und durch den Disconnect sterben in der Ironman Challenge, das tut immer extra weh. Spreche ich aus Erfahrung, als mein Ironman Charter in Scholasarbecken an den komischen Netknolle, was sind das nochmal? Orakel glaube ich heißen die Dinge. Nein, der Orakel, die anderen Wildherzen. Da war ich gerade bei so einer Quest dran und dann auch einmal rein und direkt den Giga Lag, wo dann die Server abgekackt sind. Das war sehr, sehr traurig. Da bin ich bis heute noch mad, dass der Charter draufgegangen ist. Das ist echt nicht witzig dann. Wenn man so viel Zeit investiert und da geht dann sowas drauf. Ich sage nichts, wenn ich mich verspekuliere oder ein Mob irgendwie mich aus dem Leben badert oder so. Aber wenn ich mich gar nicht wehren kann oder so, ist das nicht so witzig, wenn man drauf geht. Mein allererster, wer sich da noch erinnern kann, wer meine uralten Videos gesehen hat von der Ironman Challenge. Das erste Mal, wo ich das probieren habe, war ich ja mit dem Priester probiert. Das weiß ich noch. Da bin ich nämlich im Brachland draufgegangen. Da habe ich aus Versehen den Mob zu viel gepolt. Wollte dann im Brachland, im nördlichen Brachland, glaube ich, wollte ich so ein Seil andrücken. Und da ich die ganze Zeit beschossen wurde, konnte ich einfach dieses Seil nicht benutzen. Und ich bin halt beinhart krepiert, weil ich immer wieder versucht habe, verzweifelt, dieses Seil zu benutzen. Das war ein epischer Tod. Der wird mir ewig in Erinnerung bleiben. Der einzige Tod, der mich da getriggert hat, war wirklich nur der eine mit dem Disconnect. Der andere Char, der Ironman Char, wo wir beim Stream gespielt haben, wo ist der draufgegangen? Der ist... Achso, wo die in westlichen Pestländer... Ah, östliche Pestländer, wo die zwei Zwerge haben... Oder der Zwerg und der Bluthelf haben den Combat resettet und haben den Elite-Mob nochmal gepolt, nachdem ich Night Elf Self gezogen habe. Und dann hat er mich aus dem Leben geklopft. Und deswegen werde ich auch nie wieder in die östlichen Pestländer gehen, wenn ich Ironman Challenge mache. Das, da habe ich auch gelernt von. So Elite-Quests sollte man generell einfach ignorieren. Selbst wenn es noch so einfacher scheint. Oh, das habe ich doch schon mal auf einem Twink gemacht, wo ich gelabelt habe und das war auch so einfach. Nicht bei der Ironman Challenge machen. Das ist einfach nur... Man bereut es halt einfach instant. Sobald man es angefangen hat, kommt man halt direkt drauf. Das geht sich nicht aus. Und dann haben die meistens irgendwelche Fähigkeiten oder das mal aus Versehen. Weil selbst wenn ich Night Elf Stealth hier benutze, ich versuche das immer so hoch wie möglich zu benutzen. Weil manchmal kommt es trotzdem vor, dass der Fight halt einfach nicht resettet und dann bist du halt trotzdem tot. Und das will man halt nicht unbedingt, dass man dann halt irgendwie im Combat stecken bleibt, weil man einen Debuff hatte oder was auch immer. Weil wenn ich jetzt Stealth gehe, zum Beispiel Schattenmimik benutze und ich habe einen Debuff drauf, wenn ich Blutung, Fluch oder was auch immer, der für Damage tickt, dann werde ich natürlich wieder direkt aufgedeckst. Und dann kann es halt sein, dass es exakt in dem Moment tickt, wo ich halt schlussendlich den Stealth gedrückt habe. Und dann bricht es halt einfach direkt ab und der Mob gibt nicht mal aus dem Combat raus. Und das wäre dann natürlich nochmal extra traurig. Deswegen versuchen wir das zu vermeiden. So, das nächste Item, was wir gleich brauchen, das liegt da unten an dem Dock, wo man früher Angeln hat lernen können. Mittlerweile kann man da ja nicht mehr, oder man kann glaube ich immer noch Angeln lernen. Aber gut, ich meine, der See ist halt nicht mehr unbedingt da. Das Monster von Loch Ness ist ja aber da, weil es ist halt Loch Modan und Loch Ness. Und das schwimmt hier die ganze Zeit hier irgendwo drinnen. Manchmal sieht man es, manchmal despawns eine kurze Zeit. Aber das kann ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen, weil das ist nämlich auch Elite. Und ich habe ehrlich gesagt, wie gesagt, kein Box, dass ich da gerade eine Elite-Mobarke habe. Ich glaube, wir gehen hier mal einen Bären, äh, Baumrinde, Bären-Skin, Baumrinde, denn ich droppe hier gerade ein bisschen low und ich habe noch keinen Heel-Ready. Wobei, jetzt haben wir einen Heel-Ready. Den nutzen wir jetzt nochmal einfach und dann heeln wir uns so noch voll. Der toppt mich nämlich ein bisschen schneller meistens, als hier mein Nachwachsen an sich. Dann schauen wir, hier hat, ne, die Wache hat gerade eine Spinne aus dem Leben geschlagen. Die hätte ich gerne getaggt noch. Okay, dann fliegen wir kurz mal hier runter. Das sind natürlich auch ein paar Murlocs. Genau, da hat man nämlich früher dann angeln lernen können. Und hier liegt das nächste Pergament. Gestohlenes Dokument der Vorschläger, kann man ebenfalls wieder sammeln. Und da sammeln wir natürlich, da ist er sogar. Doch, man kann hier sogar noch angeln lernen. Da kann man natürlich die ganzen Folianten oder beziehungsweise die ganzen Dinger hier sammeln, damit wir hier noch schneller unser Level-Up dann kriegen. Jo, die Spinne haben wir schon fast dauernd. Das geht jetzt wirklich schnell mit der Waffe gerade. Die Frage ist nur, wie lange, weil natürlich skalieren auch die ganzen Mobs immer weiter nach oben. Und umso weiter die nach oben skalieren, umso weniger wertvoll ist die Waffe, die ich jetzt habe. Das heißt, es ist jetzt so 3-4 Level oder so. Da ist meine Waffe richtig nice. Und danach, vor Shadowlands habe ich halt, ich meine, wenn wir so weit kommen, im Liebsten würde ich schon mit Level 40 oder so noch meine neue Waffe orgen. Die Frage ist, wo kriege ich noch eine her? Weil das, was ich jetzt gekauft habe, war eigentlich schon das Max- oder so ein ziemlich hohes Item, was ich eigentlich so holen kann. Deswegen ist die Frage, wo kriege ich dann noch was Höheres her? Außer ich gehe eventuell zum Beispiel ins Startgebiet der Trenai und schaue, ob ich da noch irgendeine Quest finde, die halt eine graue Waffe gibt, die wir mit möglichst hohem Level machen können, damit wir da schlussendlich halt dann durch Chromie-Time halt profitieren und da noch mal eine höhere Waffe kriegen. Aber ich glaube, selbst da sind die meisten Items, die man kriegt, halt irgendwie, ja, höher. Kann ich das unterbrechen? Ich kann es nicht. Okay, der rekt dann beinhart gegen. Okay, das ist sehr dumm gewesen. Okay, ich dachte, ich kann das echt einfach schauten, aber dem war nicht so. Das heißt, wir sollten das auf jeden Fall kicken, sonst verschwenden wir einfach eine unnötige Zeit. Aber wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das bei Azur-Mythos-Inseln geht, weil wir haben ja das letzte Mal, oder ich habe das letzte Mal ja überprüft, ob es funktioniert, dass man in Lochmodan, ein Lochmodan in Dunmorov, die Startquests der Zwerge und Gnome macht. Ich wusste gar nicht, dass das gar nicht skaliert mit Chromie-Time, was komisch ist, weil die Startquests in Teldrassil gingen und die Startquests in Wald von Elvin haben genauso funktioniert. Die sind ja auch hochskaliert durch Chromie-Time. War wahrscheinlich sehr, sehr dumm, dass ich das im Wald von Elvin gemacht habe, weil das wäre halt eine Free-Waffe gewesen einfach. Hätte ich das nicht gemacht, hätte ich dann gar kein Problem, an eine Waffe zu kommen. Also für alle von euch die Iron Man Challenge machen und weiterkommen. Die Quest im Wald von Elvin in Nordkamptal, oder wie heißt es nochmal, auf jeden Fall aufbehalten, damit man da im späteren Verlauf sich noch eine Waffe snacken kann. Vor allem so ab 45 plus wäre es halt insane, dort nochmal eine bessere Waffe zu kriegen. Da würde ich halt auf jeden Fall darauf achten, dass man da eventuell noch einen reinkommt. So, die Spinne brauchen wir nicht unbedingt angründen. Hier sind wir nicht unbedingt noch einen Mob. Dass wir hier nicht noch irgendwie 10 Mobs auf uns ziehen, das wäre sehr, sehr geil. Kriegen wir nicht noch irgendwas gleich? Achso, infizierte Wunde mit dem Slow kriegen wir bald mal. Äh, mein Zerfleischen, das ist halt dann. Für Blutenden zählen jetzt 20% mehr Schaden zu. Weil da haben wir schon die Blut... Achso, nevermind, das ist ja wegen Hauen Blödsinn. Früher gab es so einen Zerfleischend-Debuff nämlich noch. Da ist mich gerade vertan. Höhe eure Ausweichchancen um 100% ist von eurer Ausrüstung gewährten kritischen Trefferwert. Ja, das bringt uns einfach mal überhaupt gar nichts. Das bringt mir als Tank gerade überhaupt gar nichts, weil in der Iron Man Challenge kriege ich nicht mehr Krit. Da bin ich bei meinen 5% oder was war das? 10% sogar. Jo, wieso ich 10% Krit? Ich dachte 5% ist immer... Ich dachte immer 5% ist das Maximale, was man kriegt. Oder ist das bei Bär wahrscheinlich einfach mehr? Aber normalerweise ist immer 5% Krit, was man Baseline hatte. Jo, 10% sind nicht so schlecht. Aber ich will jetzt an meinen Hauen-Talent hier, weil dann können wir hier... Ich denke mir die ganze Bärse kann dann Aue-Pull machen, aber ich glaube das kann es komplett vergessen. Ich glaube das ist nicht mal ein Versuch wert, wenn ich da in die Mine vorne rein muss, wenn ich da irgendwie mehrere Gnolle oder so zusammen pulle. Ich glaube die prügeln mich einfach aus dem Leben, bevor ich die downen kriegen kann. Selbst wenn ich 3-Spammen kann oder so für 15 Sekunden, glaube ich nicht, dass ich die downen kriege. Das endet ziemlich sicher im Tod, weil dann müssen wir nachher die hier alle killen. Da sind nämlich auch noch Rares unterwegs. So, da haben wir noch ein Bärchen. Wir müssen vorsichtig landen hier immer. Ja, keine Disconnects riskieren hier. Und schauen wir uns mal hier nicht... Ich glaube hier patrouilliert nämlich einer bis nach oben, oder? Ich meine er kommt schon ein bisschen nah gerade, aber ich glaube der geht nicht ganz nach oben. Wir kommen vorher hier patrouilliert manchmal so eine Zweiergruppe von zwei von den... Wer ist das nicht nochmal? Kobolden? Patrouillieren hier ab und zu, glaube ich, im Kreis, wenn ich mich nicht täusche. Deswegen ein bisschen drauf aufpassen, dass wir die eventuell nicht mitnehmen hier. So, wir brauchen noch zwei Fleisch gerade. Dann brauchen wir noch... Achso, die Ohren brauchen wir nachher noch. Dann müssen wir nochmal die... Die Gnolle, oder waren das ebenfalls die Trolle oder... Kobolde, das mir der Name halt einfällt. Ich glaube, das waren keine Kobolde. Moosfell waren die Gnolle, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. So, Brief haben wir hier oben normalerweise keinen mehr. Ja, ich weiß, einer ist in der Mitte, einer ist bei dem Lager hier drüben, einer ist hier unten und einer ist hier bei der Spinnenhöhle, glaube ich noch. Waren das dann alle? Fünf, sechs, glaube ich? Sechs Stück sind es. Zwei haben wir schon mal. Das können wir wieder kicken hier. Damit wir die nämlich alle for free abgeben können, damit wir hier so viele Level wie nur möglich rausholen. Yo, was hat er mir gerade gegeben? Auf einmal droppe ich weg hier, wie wahnsinnig. So, gib mir mein Fleisch. Nooo, er will net. Er will net, er will net. Wo Agro und war gerade sonst nix? Ich glaube hier. Sehen das jetzt die Patrouille? Ah ne, da sind einfach zwei, die so random durch die Gegend eiern. Ich will euch net. Geht weg von mir hier. Geht weg von mir. Wenn ihr die Kobolden haben, wenn mir nicht einfällt die ganze Zeit. Oh, kicken das? Das castet so schnell. Das castet so schnell. Aber Gott sei Dank haben wir schon einen Kick, damit ihr Hände dauernd vollrekt. Sonst würde das nämlich auch ein bisschen länger oder ein bisschen, noch bei Weitem länger dauern. So, komm. Gib mir deinen Rücken jetzt. Nice. So, damit können wir uns nochmal healen. Und dann müssen wir auf die andere Seite. Das ist eh schon das mit den Kobolden hier. Und das ist dann noch zusätzlich das mit den Ohren. Und bei den Ohren ist hier auch noch irgendwo ein Rare. Und zwar bei dem Zelt hier, glaube ich, vorne. Aber da muss man normalerweise nicht hin. Da kann aber auch eine Kiste sein. Deswegen schauen wir mal. Oder doch, Blödsinn. Das sind ja die Mobs hier im Blödsinn. Genau, der Rare ist da. Wir schauen mal ganz kurz rein. Ob wir vielleicht auch ein... Oh, wow, 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 wow. Was hat er gerade geworfen? Das waren irgendwie 10 Dagger auf einmal oder was? Kriegen wir die down? Das sah mir gerade ein bisschen noch viel Schaden aus, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß ja nicht recht. Ich meine, wir pullen mal den hier. Natürlich, da hat wir den Ranger attacken. Wer hätte das ahnen können gerade? Wer hätte das ahnen können, dass der über Distanzkampf verfügt? Ich hoffe auch nicht, dass sind solche, die weglaufen. Die machen ein bisschen mehr Schaden auf jeden Fall. Kann einen Schadenabsorbidenden Auswuchs produzieren? Wenn Schaden erlitten wird, einen Aus... Was ist ein Auswuchs? Kriegt er dann Geschwüre, wenn ich den Schlag oder... Kriegt er dann einfach so einen Mega-Verrunkel oder was? Wenn ich den hier verprügel. Okay, der scheint mir relativ leicht zu legen zu sein. Ich würde echt gerne den Rare da drinnen killen, wenn ich ehrlich bin. Und ich brauche eure Öhrchen. Gebt mir eure Ohren. So, dann pullen wir den hier raus. Der hat ebenfalls den gleichen Effekt. Ich weiß nicht, ob der mehr macht mit seinem Zweihand-Golben hier. Der hat einen Debuff. Ausweich, Parierchance und haben 20% verringert. Das ist uns relativ egal, ehrlich. Das ist uns relativ egal. Wir gehen hier einfach mal zur Sicherheit präventiv in die Baumrinde rein. Die machen nämlich definitiv ein bisschen mehr Schaden als die Bärchen gerade. Die ballern definitiv ein bisschen mehr. Oh, teilweise auch der richtige Schäden rein. Okay, die Bärster, glaube ich, werden wir ein bisschen vermeiden gerade. Ich meine, wir kriegen den down, aber der macht deutlich mehr Schaden als die anderen. Wobei, einen Bärster muss ich noch legen, damit ich zu ihm hier komme. Oh, das ist halt ein Caster. Ob der Mega-Ball hat dann auch noch? Das könnte ungut ausgehen. Ich meine, wir pullen mal ihn hier noch. Schauen, ob wir den einen eh nicht mitnehmen. Sieht gut aus. Spam den hier ein bisschen zu offrange und wir werden gleich lower haben. Ich will hier nicht unbedingt Baumrinde gehen, gerade wenn es geht. Können wir hier einfach präventiv schon mal für den Wucherwurzel gehen. Dann gehen wir hier nämlich nochmal weg. Dann heilen wir uns schon mal. Und dann versuchen wir, den ein bisschen auf Distanz zu verprügeln, damit wir ein bisschen mehr Zeit rausholen, ohne dass wir jetzt Baumrinde benutzen müssen. Das wäre kein der sick. Genau, dann ist der nämlich schon ein bisschen lower und verprügeln uns nicht ganz so hart. Genau, dann haben wir den easy down. So, jetzt hoffen wir, dass der respawnend ist, beziehungsweise hier keine Patrouille durchgeht. Dann versuchen wir nämlich ganz kurz den Rear hier zu legen. Schauen aber, dass wir nicht in der Nähe von seinem Spawn hier spielen. Wobei, wenn er casten kann, ich meine, ich kann jetzt kicken. Das ist halt insane. Ich kann halt Zauber unterbrechen jetzt. Das ist halt ein immenser Vorteil für mich jetzt. Aber wir schauen mal. Wir schauen, dass wir ein bisschen weggehen von seinem Spawn. Warum? Weil, wenn wir Night Elf Stealth gehen und dann weg müssen, dann haben wir den Vorteil. Wie viel macht das? 114, Non-Krit. Ist akzeptabel, würde ich sagen. Ist ganz akzeptabel. Wir gehen jetzt mal Baumrinde und kicken das ganz spät. Jetzt. Dann gehen wir einmal für den Reck. Wir haben den Bodenfeier vergessen die ganze Zeit. Nach dem Reck werden wir jetzt gleich mal schauen, dass wir ihn dann hier wucherwurzeln können nach dem Cast. Okay, der kann healen. Wir können das aber hier desorientieren. Können ihn dann einmal wucherwurzeln. Ich kann ihn gerade noch kicken. Oh mein Gott, das war knapp. Oh mein Gott, dass er sich hier nicht vollheilt. Weil dann kann ich mich vollheilen. Dann gehen wir hier wieder in Bärengestalt. Und dann schauen wir, dass wir hier auf Range wieder ein bisschen reinprügeln können, damit er uns hier nicht so viel Schaden gibt. Ich dachte mir fast schon, dass er über die Healfähigkeit verfügt. Weil irgendwas habe ich mir eingebildet. Dann werden wir das jetzt nicht mehr kicken, sondern müssen das einfach durchcasten lassen. Weil wenn er nochmal healt, das ist natürlich immer blöd, weil ich weiß nicht, wie viel er das macht. Manchmal healt so Mobs mega wenig und dann sind wir so vereinzelt dabei. Die healt einfach die Tropfen sich einfach gefühlt. Jo, da haben wir unser Level up. Nice. Level 34. Wir haben Berserker jetzt. Berserker werden wir uns hier mal hinziehen. Dann haben wir nämlich hier nochmal eine Bonusfähigkeit. Schauen wir mal, ob die in der Kiste drin steht. Das sieht mir nett danach aus, als wäre hier eine Kiste am Start. Berserker können wir natürlich jetzt jederzeit immer aktivieren. Wer nicht weiß, was das macht, können wir gleich mal anmachen. Dann können wir nämlich hier nochmal zusätzlich ein bisschen mehr rein spammen, weil halt die Abklingzeit in dem Sinne kürzer ist. Und wir können halt hier Eisenfels spammen. Wie wahnsinnig. Das heißt, ich kriege nochmal bei Weitem weniger Schaden. Und dann können wir uns hier leichter durchdamagen, beziehungsweise hochhealen. Gerade so als Damage Burst Phase ist das halt sehr, sehr geil. Es ist noch die abgeschwächte Variante, glaube ich. Oder ne, 50% Blödsinn. Cool, dann ist halt kürzer von den ganzen Fähigkeiten, die wir hier benutzen können. Aber ich glaube, das wird noch besser mit der Zeit. Genau, ja, zusätzlich 25%. Ich dachte mir schon. Dann haben wir nämlich noch eine bessere Version. Aber das ist halt ganz geil, weil wir irgendwo, ja, ein paar mehr, äh, nicht unbedingt mehr Mobs, aber irgendwie so einen großen, gröberen Mob oben hauen müssen. Wie halt irgendwelche Quest-NPCs oder ein Rare oder was auch immer. Dann können wir das natürlich jederzeit benutzen. Haben wir sowas längere Zeit, ne, dann, ich würde es immer auf Cooldown benutzen. Gerade Ironman-Challenge, wenn eh alles so lange dauert, dann rentiert man, oder rentiert sich das natürlich nochmal extrem, wenn man generell, ja, zwischendurch mal seine Cooldowns benutzt. Wäre halt nicht schlecht. Das ist auch was, was viele Leute immer lernen müssen in Mythic Plus und so weiter, dass sie viel zu lange auf ihren Cooldowns sitzen bleiben und die halt nur für die eine Situation halt benutzen und irgendwie nicht versuchen, das, ja, permanenter zu, äh, ja, permanenter einfach zu wirken. Was haben wir hier bekommen? Stoffarmschienen mit vier Rüstungen. Die sind sogar besser als meine gerade. Segeltucharmschienen. Wir haben tatsächlich ein Upgrade gerade gelootet. Das dachte ich auch nicht, dass das nochmal passieren wird. Ist das hier tatsächlich einfach höher? Das ist Gegenstandsstufe 37. 30, warte, kann ich jetzt auch, warte, kann ich höhere Sachen einfach ziehen? Nee. Oder war das gerade einfach nur RNG? Weil ansonsten, was hat meine Waffe hier? 24, jo, gib mir eine Waffe halt. Was? Was für 37 Item Level gerade. Waffe müsste ja huge sein auf 37 Item Level. Maybe sind wir derbe lucky. Ah, lucky. Das wäre halt insane. Das wäre halt richtig insane. Bei 37, das ist halt schon ein ordentlicher Unterschied. Okay, das ist nochmal so ein Bärster. Das war vielleicht nicht so schlauer gerade. Die Speer sind die einfacheren für uns gerade. Aber das wäre halt schon nochmal insane hier. Meinen blauen Balken haben wir auch noch. Was war 35? Dann gab es noch nichts. Oder aufspießen kriegen wir dann als nächstes. Die Abklingzeit von Zerfleischen abzuschließen. Genau. Und dann haben wir da nochmal die die Brock Chance. Dann haben wir nochmal ein bisschen mehr Single Target Damage. Dann gehen wir wieder Baumrinde. Dann gehen wir wieder für den Heal hier. Der ballert zwischendurch immer die Mega Hits rein. Wobei so schwer sind sie auch nicht. Aber manchmal haben sie irgendwie so ein bisschen ein bisschen Krittlack und ballern auf einmal den Gigaschlag immer rein. Dann haben wir eh nur noch vier Öhrchen. Dann sind wir hier eh schon durch. Und dann können wir nachher noch die Kobolde vielleicht angehen. Dann kommen wir nämlich hier eh schon recht gut. Dann kommen wir nämlich hier eh schon recht gut voran mit dem Ganzen. Genau. Weil das ist nur noch die Mine vorne die wir dann clearen müssen. Und bei der Mine waren ein paar Kistenloten glaube ich und die Knolle töten. Und da ist vorne nochmal da ist vorne nochmal ein Rare mit dabei. Oh. Ich droppe hier gerade ein bisschen los. Da ist vorne nochmal ein Rare mit dabei. Ich weiß noch nicht ob wir den so einfach down kriegen. Jetzt haben wir den Respawn. Der setzt langsam ein. Deswegen ich will hier nicht unbedingt da vorne gerade sein. Weil ich bin mir nicht mehr sicher was für Mobs ich genau gecleared habe. Deswegen schauen wir dass wir hier in der Nähe bleiben gerade. Und eher Mobs killen die hier nicht unbedingt vom Respawn gerade betroffen sind. Damit wir hier ein bisschen weiter weg können. Hier haben wir Baumrinde. Ah Baumrinde. Einmal Eisenfell hier. Wie viel Rüstung gibt uns das? 92. Das ist wie viel? 30,01. 10% ist das. Vielleicht können wir Eisenfell echt mal öfter benutzen. Aber dafür verzichten wir halt ein bisschen auf Ich vergesse immer den Mundfeier hier. Dafür verzichten wir halt ein bisschen auf Damage immer. Weil dann kann ich halt zum Beispiel ein letzter Malm machen. Und das macht halt schon relativ gut Schaden eigentlich. Gerade jetzt wo wir noch nicht so spammen können mit zerfleischen und Co. Das können wir hier nochmal rausschmeißen. Weil das ist hier unten hier auf der Leiste. Da haben wir überhaupt noch die Bombe zum Werfen auch drin. Die sollte ich vielleicht auch mal rausziehen irgendwann. Die sollte ich vielleicht auch mal rausziehen. Wir können hier sogar nochmal Cooldown anmachen. Können wir nochmal bei Weiden leichter Damage machen. Dann ist unser Reck auch nochmal kürzer. Aber wir können das auch mittendrin ziehen. Weil da verringert sich auch generell die Abklingzeit von unserem Reck hier. Das wäre glaube ich auch nicht so dumm. Dann können wir hier nämlich ein paar Mal Rüstung stacken. Wie viel haben wir jetzt? 45 Prozent. Da kriegen wir gleich gar nichts mehr rein. Da kriegen wir gleich gar nichts mehr an Schaden rein. Das ist immer lecker hier. Aber Berserker hält noch so kurz da. Das ist auch... Das ist so ungewohnt. Weil jetzt habe ich in letzter Zeit öfter mal Tank Druid gespielt. Mit meinem... Ja Main Druid. Und das ist so ungewohnt wenn das halt alles so kurz hält noch. Aber das lernen wir schon damit umzugehen hier. Das lernen wir alles mit der Zeit. Gehen wir wieder einmal rein. Gehen wir gleich für den Reck wieder. Wohnfall abhalten natürlich. Damit alles immer nebenbei tickt hier die ganze Zeit. Damit wir den hier schneller down kriegen. Weil dann haben wir unser letztes Öhrchen. Und dann können wir hier mal alles abgeben. Und dann glaube ich gab es noch irgendwelche Folgequests. Ich bin mir gerade zu 100% sicher. Aber irgendwas gab es hier noch dann. So können wir den zerreißen. Dann hielen wir uns hier ganz kurz. Und dann fliegen wir hier mal in die Base. In die normale zurück. Ja wir haben 2, 4, 6, 7 Quests gerade die wir abschließen können oder? Ja gut die eine ist einfach nur die Überleitquests. Ansonsten sind es eigentlich 7 Quests die wir hier gerade machen können. Dann kriegt er hier gleich glaube ich die ersten 2 oder nur eine hier. Dann das Würstchen war hier drinnen. Mit dem Bärenwurstrezept genau. Und die Achso da sind hier überhaupt noch 3 Dinger verteilt. Ich dachte das ist alles in dem einen Haus drinnen dann. Okay dann kleine Weltreise bei den Zwergen hier. Jo ich komme hier nicht rein. Die Flügel sind zu breit. Haben wir ja einmal das hier. Dann einmal noch hier vorne rein. Ist ein bisschen tricky sich hier zurecht zu finden bei den ganzen bei den ganzen Zwergenhäusern. Wobei ich mag diese Zwergenarchitektur halt mega. Die Straße Ah die Straße nach Delsa. Quest Detiefments hier am Farmen. Und dann haben wir hier noch unsere 2 Zettelchen die wir gefarmt haben. Die können wir natürlich auch noch hier abgeben. Zack und zack. Oh da gibt es so viel Gold. Einfach 26 G pro Stück. 598 haben wir schon wieder. Das Gold es steigt wie wild. So dann würde ich mal sagen dann fliegen wir mal ganz kurz zum Türmchen da nach vorne. Genau da haben wir nämlich gleich den Gebirgsjäger der Sturmlanzen. Und dann kriegen wir gleich wieder Folgequest. Achso wir müssen zuerst den Kommandanten einfach killen. Genau den gab es ja auch noch. Stimmt die Base habe ich vorher gemeint. Da mussten wir auch noch geben. Da kann aber auch ein Rare sein. Das ist jetzt ungut. Weil da müssen wir ein bisschen mehr clearen glaube ich. Genau weil ja genau da ist er schon. Wow der snipet mich schon von unten. Vielleicht haben wir ja auch eine Kiste. Aber ich sehe zumindest gerade keine. Ich meine den Rare glaube ich brauchen wir nicht unbedingt. Hä wobei das wäre zu risky irgendwie. Wenn ich den nett mache das wäre glaube ich zu risky. Ich glaube wir müssen uns irgendwo hier hinstellen. Und dann schauen dass wir hier den ein oder anderen. Wir warten ganz kurz bis der eine weg geht. Und dann werden wir den hier einmal kurz hier rüber pullen zu uns. Schauen ob der alleine kommt. Genau. Ich hoffe die fliegen nicht. Ich hoffe die fliegen nicht wenn sie low droppen. Weil dann könnte ich nämlich den killen. Und dann einfach den hier killen. Und dann könnten wir schon direkt reingehen hier. Weil ich könnte natürlich einfach rein stealthen. in die Höhle. Ich habe aber Angst dass der eine flieht beim Kämpfen. Und das wäre wieder zu riskant. Weil wenn ich drinnen in Stealth gehe. Dann komme ich nicht mehr wirklich raus. Ich meine ich könnte dann nochmal stealthen. Nein nein. Das wird zu risky gerade. Wir spielen das auf Nummer sicher. Und schauen dass wir den hier einfach. Einmal komplett aus dem Leben ballern. Genau die fliehen nämlich. Da haben wir es schon. Und ich glaube der Rare flieht nämlich auch. Wenn der low droppt. Aber der steht jetzt gerade ziemlich nice. Deswegen werden wir den hier einfach mal raus pullen. Und dann werden wir gleich mal schauen. Dann werden wir den rundauen. Wir machen nicht direkt Berserk an. Was hat der hier für den Debuff? Tempo verringert. Das ist nicht so geil für uns. Wir stacken hier aber ein bisschen Rüstung nebenbei. Dann werden wir gleich mal für den ersten Heal gehen. Wir gehen jetzt für den ersten Heal. Und dann machen wir Berserk an. Warum? Weil dann ein Cooldown hier verringert wird. Und dann stacken wir ein bisschen Rüstung. Damit wir nicht ganz so low droppen. Dann haben wir nämlich wieder kürzeren Cooldown auf unseren Heal hier selber. Ich würde mal sagen. Wir gehen dann gleich mal hier für unseren Big Wall. Weil in drei Sekunden haben wir für unseren Rack ready. Dann stacken wir wieder ein bisschen Rüstung nach oben. Dann gehen wir hier einmal für den Heal. Wir desorienten den. Schauen ob das funktioniert. Wir rooten ihn. Schaffen wir das? Oh Gott. Ich glaube ich aggro den kleinen. Ich habe ein mieses Gefühl gerade. Ganz ganz mieses Gefühl. Wir spammen hier ein bisschen Moonfire rein. Wir spielen uns hier nochmal. Er hat aber aufgehört zu flüchten gerade. Und ich glaube ich habe es gerade geschafft, dass er den einen nicht editet gerade. Wir spammen einfach nur Moonfire rein gerade auf gut Glück. Die Skillplays. Die Skillplays sind am Start. Easy peasy. Den haben wir da und bekommt nur 5000 EPF for free. Und jetzt haben wir hier das Problem nämlich. Da haben wir nämlich das gleiche. Jetzt schauen wir, ob wir hier rein stafen können. Weil wir haben nur den hier auf der Seite. Das heißt, wenn ich den rooten kann, sind wir eigentlich schon mehr als fein. Ich würde mal sagen, wir openen dann mal mit Schreddern. Hat das gelogen? Nein, das hat gar nicht gelogen. Das hat eine paar Prozente abgezogen gerade. Was sollte das jetzt? Was sollte das gerade? Die wollen ja auch die ganze Tunnel bauen. Der macht aber gut Schaden. Der macht richtig gut Schaden. Schmutzwerfen ist wahrscheinlich, dass wir weniger Hit haben, oder? Ne, okay. Das verwirrt uns nur. Okay, das ist fein. Das ist fein. Dann gehen wir hier gleich mal Baumrinde. Und bevor wir zu low droppen, werden wir gleich mal schauen, dass wir dann für einen Root gehen können. Bevor wir hier zu niedrig droppen mit den HP. Schauen, dass wir hier Rüstung nach oben stacken. Und wir gehen jetzt für den Root, weil wenn er einen Kick hat, dann sind wir fein. Wunderbar. Dann können wir uns nämlich hier einmal healen. Immer präventiv schon mal tryen. Dann bleiben wir hier ein bisschen auf Distanz wieder. Wir healen noch einmal, damit wir den Hot hier weiter drauf haben. Also den Nachwachseneffekt. Und dann versuchen wir den hier wieder ein bisschen auf Distanz zu verprügeln, gerade wenn es geht. Dann Schmutzwerfen können wir hier unterbrechen. Und jetzt machen wir uns dann ready. Schauen, dass wir ihn gleich mal rooten können, wenn er sich hier aus dem Staub machen will. Damit wir hier wieder mit Moonfire einfach spammen können. Das sollte, glaube ich, eh gleich mal passieren hier. Dann gehen wir wieder für den Rack hier. Machen wir einmal wieder Eisenfell an. Kicken das hier. Jetzt wird er gleich fliehen, tippe ich mal. Der General. Oder will er nicht fliehen? Ich glaube, er flieht gar nicht. Was ein Kommandant. Was ein Vorbild. Nice. Wunderbar. Dann haben wir nämlich den hier auch noch aus dem Weg geräumt. Ja, wir werden, glaube ich, sogar noch 35 hier. Stealthen wir hier nochmal raus. Schon haben wir hier Fluggestalten machen können. Dann fliegen wir hier gleich ein bisschen höher, damit wir hier nicht aus Versehen irgendwo wieder angeschossen werden von den kleinen Gobolden da unten. Die sind immer ein bisschen sehr aggressiv, die Kleinen. Die mögen mich nicht. Die sind nicht gut zu sprechen mit mir hier. Und dann, wenn ich mich nicht irre, können wir den hier einmal kurz abgeben. Genau, haben wir nochmal ein Level-Up hier. Ja, und dann müssen wir als nächstes Feldmesser der Tunnelraten und Futterwühler der Tunnelraten erledigen. Das sind eigentlich die ganzen Kleinen, die hier vorne im Kreis rumrennen überall. Das sollten eigentlich mehr als genug sein. Aber, ganz großes Aber, da ist auch ein Rare normalerweise, der hier steht, wenn ich mich nicht irre. Kann auch im Zelt drinnen sein, außer irgendwer hat den gelegt. Dann pullen wir nämlich einmal so einen hier. Schauen, dass wir hier gleich ein bisschen weiter vorne sind. Und eventuell, sehe ich den gerade hier? Vielleicht ist er auch gar nicht da. Hat hier wirklich gerade einer den Rare gekillt? Gibt es ja nicht. Der ist sicher da. Der steht sicher genau im Zelt drinnen jetzt. Der hat sich komplett zurückgezogen. Der will hier nicht rausschauen gerade. Aber Level 35 ist schon mal richtig sick, Mann. Das ist richtig sick. Da bin ich schon ein bisschen stolz mittlerweile. Dass wir es überhaupt schon so weit geschafft haben. Schon mal über weit und weiter als jede andere Iron Man Challenge jetzt bisher. Von mir. Jetzt pullen wir den gleich noch. Also sonst müssen wir hier nämlich wieder drüber fliegen extra. Das hier ist ein Bonus-Mob. Den bauen wir nicht unbedingt. Den bauen wir erst nachher, weil wir müssen erst später eigentlich in diese Dinge rein. Das können wir wieder kicken. Das ist wieder der Desirant. Da haben wir die gleichen Fähigkeiten wie der Kommandant gerade eben. Und dann schauen wir gleich mal, ob wir den links da noch pullen können. Dann können wir nämlich da reinschauen, ob der gerade da ist oder nicht. Ich meine, ich könnte drüber fliegen auch, aber ich muss ja sowieso killen. Von dem her ist das eh gerade egal. Ich sehe nicht recht was. Ich glaube, der ist gar nicht da gerade. Oder? Doch, er ist da. Da ist er. Grislak. Hauptberuflicher Drog-Verdrescher. Was ein Titel. Was ein Titel. Was ein Held hier. Was ein Held. Der gute Drog-Verdrescher. Sind ja gar keine Drogs mehr hier. Sind ja alle wegschollen. Vielleicht hat er alle umgebracht. Das kann auch gut sein. Das wissen wir wenigstens, wie die Drog-Bedrohung zurückgegangen ist in Lochmodern. Das hat er alles alleine geregelt. Warte mal, warte mal. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Du hörst auf, Verstärkung hier zu holen gerade. Das wäre sehr lieb von dir. Ich rooten wir einfach mal weg davor, ne? Wunderbar. Dann haben wir den nämlich down und dann werden wir uns ihn hier einmal gönnen. Ziel ist nicht im Sichtfeld, okay? Wie viel Schaden machst du? Er kann Tunnel graben. Wir barf uns mal ein bisschen Rüstung und wir spekulieren wieder. Also wir ziehen das wieder später. Okay, der hat die Big Hits mit dabei hier mit seinem Rüstungsverringern wieder. Gehen wir nochmal für Rüstung. Dann werden wir einmal unseren Heal benutzen. Dann werden wir unseren Berserker wieder ziehen. Dann können wir wieder ein bisschen reintunneln. Schauen, dass wir ein paar Mal Eisenfeld benutzen hier. Wenn wir hier drinnen sind. Der hat auch einen kleinen Enrage mit dabei. Wir gehen hier für Baumrinde einmal. Okay, das wird jetzt langsam ungut. Wir schauen, ob wir hier für den Root gehen können. Hoffen, dass er uns nicht critet. Oh mein Gott, nicht Tunnel graben gerade. Nice, Dankeschön. Sehr lieb. Der macht schon ein bisschen mehr Damage hier. Jetzt kriegt er einen Tunnel. Schauen wir, dass wir ihn hier weiter debuffen können. Weil das macht, glaube ich, mehr Damage, oder? Ja, das macht mehr Damage, das Hauen, wenn wir das hier spammen. Statt, wenn wir mit dem einen Heal hier reingehen. So, wir gehen hier für einen Big Wall. Oh mein Gott, der trischt mir auf einmal in meinen Heal rein hier. Schauen, jetzt gehen wir für einen normalen Heal. Gehen wir für einen Eisenfeld. Und dann haben wir den guten auch noch da. Oh mein Gott, also der hat schon... Der hat schon richtig reingehauen hier. So, Futterwühler brauchen wir auch noch. Das sind die hier. Der hat schon bei weitem mehr reingehauen als alle Rares bisher. Ich meine, der haut mir durch einen Bär und durch Eisenfeld halt teilweise irgendwie 30% Schellen rein. Das ist nicht mehr so gesund für mich. Ach nee, da drinnen sind die Drogs Blödsinn. Stimmt, die Drogs sind ja schon noch hier. Sind da einfach irgendwie 10 Meter weiter in der Höhle drin. Das habe ich ja komplett verdrängt. Okay, der hat Gift mit dabei. Das ist nicht gesund für mich. Gift wollen wir nicht trinken. Und dann können wir den hier einmal wegräumen. Schauen, ob der im Zelt diesmal vielleicht eine Kiste hat. Ich sehe keine. Dann, was haben wir hier noch? Da haben wir nochmal einen Futterwühler. Die sind ein bisschen rarer, kommt mir gerade vor, als unsere Feldmesser hier. Das heißt, wir schauen mal, dass wir von denen ein paar ausschalten können gerade. Das Gift kickt man wieder. Ich meine, ich könnte das Gift auch dispellen, aber ich habe Angst, dass der Initialschaden, also wenn es auftrifft, ein bisschen höher ist. Und wenn das ein bisschen höher hätte, dann bleibt mir wieder Herz stehen. Ich bin überhaupt kein Fan von den ganzen Spell-Damage-Sachen im Game. Das Problem ist immer... Skalierung macht mir manchmal ein bisschen Angst, die Byron-Man. Okay, der rennt. Nein, 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 nein. Du gehst hier drauf, bevor du zu weit vorne bist, damit ich mich nicht mehr normal healen kann. Falls ich irgendwie brenzlig werde, hätte ich nämlich immer gern die wütende Raserei hier. Ah, der rasende Regeneration, so. Lieber ready, anstatt allem anderen. So, das ist unser vierter, glaube ich. Vierter Feldmesser, genau. Dann brauchen wir noch drei Futterwühler. Da haben wir einmal einen und da rechts haben wir noch einen. Dann ziehen wir eh schon gleich auf. Das können wir eben kicken. Das Schmutzwerfen ist ja weniger kritisch irgendwie für uns. Weil im Endeffekt tickt er ja dann trotzdem mit dem Blitz einfach weiter runter, wenn er uns desorientiert. Und ich glaube, wenn er uns hittet, dann bricht es halt generell einfach ab. Deswegen, glaube ich, ist das hier weniger das Problem. So, genau. Dann haben wir hier einmal den hier. Schnappen wir uns den zuerst. Das hier vorne ist auch ein Feldmesser. Das hier ist ein Futterwühler. Okay, dann hätten wir eh alles so außenstehend, weil da muss ich nämlich nicht irgendwelche Mobs noch zusätzlich killen, die wir jetzt nicht mehr unbedingt für die Quest gerade brauchen. Dann schließen wir das hier ein bisschen fixer gerade ab. Und dann können wir uns nachher wieder zurück in die Base begeben, weil es, ich meine, gut, eine Quest haben wir noch. Die eine Quest schickt uns dann noch mitten in die Höhle rein. Die werden wir aber wahrscheinlich erst beim nächsten Mal dann angehen. Da müssen wir nämlich die Drocks da drinnen, glaube ich, dann befreien. Oder zumindest die Kisten drinnen loten. Oh, der läuft ein bisschen sehr weit weg hier. Und dann sind wir da nochmal ein bisschen schlau unterwegs. Jetzt werden wir zuerst den hier gönnen. Und dann werden wir einfach die zwei da unten machen, wenn die schon so schick nebeneinander stehen. Hier machen wir hier nochmal Bärs erkanen, Backbällen hier ein bisschen zurück. Dann können wir hier nämlich ein bisschen reinspammen. Ja, einfach mit all unseren CDs hier. Ja, das ist schon lecker, der Damage teilweise dann. Wenn wir ja alles anhaben, haben wir halt so viel Wut einfach und können ja die ganze Zeit einfach reinschlagen. Ich meine, so viel schneller droppt er dann auch nicht, aber es ist halt wenigstens minimaler Damage-Boost, sagen wir es so. Minimaler Damage-Boost hier. Genau, dann war den hier down. Das war eh kein Rares Bärchen da drüben. Dann haben wir unseren letzten Feldmesser und unseren letzten Futterwühler. Wenn ich mich nicht täusche, war auf der Seite hier, glaube ich, eh kein Rare. Ja, vorne beim Lager ist dann einer, der eigentlich immer da ist. Das ist ein bisschen kritisch vorne, die Quest beim Lager. Da müssen wir nämlich dann einmal dieses Item... Die Quest ist halt mega schnell abgeschlossen normalerweise, aber da muss man einmal dieses Item in der Mitte zerstören. Und rundherum stehen so viele Mobs, die wir halt präventiv holen müssen. Und da ist immer ein Rare dabei und meistens sogar eigentlich immer eine Kiste. Deswegen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, wie wir das dann angehen werden. Aber wenn wir dann nächste Folge werden, wir werden gerade noch nicht hinkommen, glaube ich. Das ist nämlich so die letzte Quest, wenn ich mich nicht irre, die man dort dann abschließen geht. So, wir fliegen extra nicht in die Luft. Ich bin immer auch ein bisschen paranoid vor Kanten, Bug, dass mich da irgendwie rausschmeißt auf einmal. Deswegen ja nicht zu hoch fliegen hier am Anfang, wenn wir hier von Mob zu Mob rennen. Das kicken wir hier wieder. Das hier unten war kein Rare, ne? Kiste haben wir auch nirgends. Kiste ist immer am Verdächtigsten, dass sie irgendwo neben Objekten, Zelten oder sonstigem steht. Also wenn ein Lager da ist, dann ist immer sehr wahrscheinlich, dass irgendwo eine Kiste in der Nähe ist. Deswegen immer so ein bisschen mit der Maus rumschauen. Da gibt es zahlreiche Kisten, die verschiedenste aussehen. Je nachdem, in welcher Zone man unterwegs ist, sind das halt unterschiedliche Dinger, die da drinnen sein können. Oh, oh. Rennt ihr da vorne noch rein? Gerade nicht? Oh mein Gott. Gerade noch aus dem Leben gesnipet. Ich meine, wir hätten Shadow Melt gerade gehen können, aber... Bisschen kritische Aktion hier. Gut, dann fliegen wir nochmal zurück. Dann können wir das nämlich noch abgeben. Und dann kriegen wir nochmal ein bisschen... Jetzt haben wir sogar zwei Level in der Folge gemacht. In der Iron Man Challenge. Jo. Da sieht man deutlich, dass Loch Mutant sehr schnell ist. Ich meine, wir werden niemals wahrscheinlich bis Level 50 kommen. Aber ich hoffe, dass wir vielleicht Level 40 hier erreichen werden. Das wäre sehr, sehr geil. Dann hätten wir nämlich schon so einen richtigen... Richtigen Part davon abgeschlossen. Genau, dann kriegen wir ja noch die Folge-Quest. Und die werden wir dann hier beim nächsten Mal alles machen. Ansonsten lasse ich sie erstmal gut sein mit der Iron Man Challenge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass dir die Folge wieder gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Wenn du noch Fragen hast, will mal ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, mir auf meinen Social Media Netflix zu folgen. Alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020